Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Bestimmt hast du schon mal Fisch gegessen. Dann kennst du das bestimmt auch, wenn sich im Fisch noch so einige Gräten verstecken, auf die man beim Essen besonders gut achten muss. Doch was sind eigentlich diese Gräten? Besteht der Fisch nur aus Gräten? Und woher bekommt der Fisch seine Form? In diesem Video wollen wir es herausfinden und schauen uns das Fisch-Skelett mal ganz genau an. Fische sind die Wirbeltiere des Wassers. Damit können wir sagen, dass Fische eine Wirbelsäule besitzen. Sie erstreckt sich vom Schädel bis zur Schwanzflosse. Klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen. Wirkliche These und我們的 Schädel bis L Bis zum nächsten Mal.